Mein Name ist Kollegin Menisch. Ich bin ursprünglich Allgemeinkirurgin mit dem Schwerpunkt Unfallchirurgie. Ich bin jetzt seit einigen Jahren plastische und ästhetische Chirurgin und ich liebe meinen Beruf. Das ist meine Leidenschaft und ich gehe eigentlich wirklich täglich gerne zur Arbeit. Mein Weg war ein bisschen lang und oft auch ganz steinig. Ich habe die Zeit auf der Unfallchirurgie wirklich am Patienten, mit dem Patienten oft auch Stunden verbracht, die schwierig waren. Aber ich glaube, es hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin, nämlich eine gefestigte Chirurgin und ich liebe das, was ich tue. Warum ich jetzt plastische Chirurgin bin? Ich hatte schon immer einen Hang zur Ästhetik. Also ich finde schöne Dinge wundervoll, aber ich glaube, es macht mir auch vor allem Spass, meinen Patienten, meinen Kunden ein gutes Gefühl zu liefern. Ich finde es wunderbar, wenn eine Frau nach einer Brustverkleinerung ein Strahlen im Gesicht hat, wenn sie sich so kleiden kann, wie sie das eben möchte. Und wenn ich da ein bisschen mithelfen kann, finde ich das einfach klasse.